Der Mensch, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Mensch ist ein Transformationskünstler, schreibt Milos Matuszek in seinem Buch Strom aufwärts zur Quelle, um das es heute gehen wird, in dem Kapitel Lob der Alchemie. Wer Milos Matuszek kennt, weiß, es ist ein kritischer Geist. Es ist jemand, der sich sehr stark mit den Corona-Maßnahmen, aber auch anderen politischen Ereignissen auseinandergesetzt hat. Lange Zeit für die Neue Zürcher Zeitung geschrieben und andere Publikationen. Er ist freiberuflicher Schriftsteller und Kolumnist. Ich habe Milos Matuszek getroffen in Leipzig vor zwei Tagen bei seiner Buchlesung, wo er dieses neue Buch vorstellt. und wir haben uns auch privat unterhalten und es gibt ein kleines Interview, was am Ende dieses Videos noch drangehängt ist. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Seid gespannt. Es ist wirklich ein sehr lesenswertes Buch und sehr zum Nachdenken anregendes Buch. Knowledge is an Inside Job. Nach dem Intro geht es los. Die sogenannte Trueser-Szene, wie man es manchmal auch nennt, oder die Gegner, auch gerne Querdenker oder sowas dazu sagen, ist sehr vielfältig und sehr facettenreich. Nicht jeder, der politische Maßnahmen der Regierung kritisiert, ist automatisch jemand, der die Wahrheit hat. Es gibt im Gegenteil sogar eine ganze Menge sehr eigenartige Gestalten in dieser Szene, nämlich Leute, die andere verleumden, die wirklich massive Verschwörungstheorien und Ähnliches verbreiten. Aber es gibt auch die, die seriös sind, die aus meiner Wahrnehmung zumindest wirklich kritisch denken, die Dinge hinterfragen und die dann auch nicht hinter den Berg halten, wenn es darum geht, wirklich Missstände aufzudecken. Und zu diesen Leuten gehört meines Erachtens Milos Milos Matuschek, um den es heute geht. Für alle, die ihn nicht kennen, ganz grob ein paar Worte, die man aber selber auch im Internet schnell zusammenfinden kann, bei Wikipedia und Ähnliches. Er war mit Gunnar Kaiser sehr stark verbandelt, sage ich mal. Es gab gemeinsame Projekte. Er hat, wie ich schon eingangs sagte, für die Neue Zürcher Zeitung lange geschrieben, hat aber auch mit Ken Jebsen was durchgezogen. Es gab dann einen Beef zwischen der NZZ und Ken Jebsen. Da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein. Da ging es aber eher um solche Sachen wie Rechte am Text und so weiter. Inhaltlich, glaube ich, gab es da weniger Stress. Ja, und Milos ist nun jemand, der gerade sein neues Buch in Lesungen bekannt macht und durch Deutschland fährt, aber auch durch die Schweiz. Und ich hatte das Glück, ihn zu treffen. Und mit ihm zu reden natürlich auch. Ja, das Buch ist aus meiner Sicht, ich halte es hier nochmal rein, wirklich eine Empfehlung. Es besteht aus vielen, vielen kleinen Kapiteln, die unter anderem natürlich einmal die Corona-Maßnahmen im Blick haben, was ist alles in der Corona-Zeit passiert und schiefgelaufen. Es gibt aber auch natürlich längere Ausführungen über die Themen mediale Öffentlichkeit. Also was passiert hier gerade in den Medien? Denn auch philosophische Abhandlungen sind dabei und letztendlich gibt Milos auch aus seiner Sicht Ideen rein, wie können wir durch diese Zeit kommen. Das hört sich jetzt alles ein bisschen abstrakt an. Wenn ihr die Sachen von ihm lest, auch auf seinem Blog, auch auf seiner Webseite, dann werdet ihr eine wunderbare Sprache finden, also sehr eingängig, sehr klar auf den Punkt gebracht, sehr faszinierend aus meiner Sicht. Ja, man muss ihm vielleicht nicht in allen Ansichten folgen, aber im Großen und Ganzen absolut empfehlenswert. Und ich will gar nicht mich weiter hier drinnen ergehen, sondern euch erstmal den Text vorlesen von ihm und danach wieder ein paar Gedanken sagen und dann kommt noch das Interview mit ihm. Lob der Alchemie Der Mensch ist ein Transformationskünstler. Man muss ihn nur lassen und sich vor den falschen Alchemisten schützen. 6. Januar 2023 Die Rauhnächte neigen sich dem Ende zu. Viele Menschen vertreiben jetzt böse Geister aus dem Haus. Doch lässt sich das Böse, Schlechte, Falsche einfach so vertreiben? Man kann sich an ihm abarbeiten, sicher. Oder man geht den Weg der Umwandlung. Das Wertlose durch einen komplizierten Prozess nahe an den Mechanismen der Natur ins Wertvolle umzuwandeln, das lehrt uns die Alchemie. Der Prozess der Goldgewinnung sollte nicht wörtlich genommen werden, sondern als Symbol verstanden werden, als philosophische Goldgewinnung, als Veredelungsprozess an sich selbst und an der Welt. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich selbst programmieren kann. Es gibt nicht die eine menschliche Natur oder die eine Haut, aus der man nicht kann. Der Mensch kann aus seiner Haut fahren, zum Guten oder zum Schlechten. Er kann seine Existenz in die edelsten Höhen schrauben oder in den Tartarus der Barbarei auffallen lassen. Die Transformationsfähigkeit aus sich heraus ist der Kern der Menschenwürde als großes Unterscheidungskriterium zum tierischen Instinkt. Doch wie entsteht Neues? Die Ausgangsbasis für Veränderung legt die Natur selbst, durch den Bildungstrieb der Stoffe. Unterschiedliche chemische Stoffe äußern ihr Verhältnis zueinander durch ihre Reaktion. Übertragen auf die menschliche Sphäre könnte man mit Paul Watzlawick sagen, man kann nicht nicht kommunizieren. Es passiert also immer etwas, auch wenn scheinbar nichts passiert. Und mit Anstrengung ist sogar eine Transformation zum Edlen und Schönen möglich. Dafür bedarf es Urteilsfähigkeit, um das Richtige vom Falschen zu trennen, die richtige Kombination der einzelnen Inkredenzien und natürlich viel Geduld. Gerade heute in einem Klima der Alternativlosigkeit und Apathie, wo jeder in seiner digitalen Käseglocke vor sich hin existiert, verspricht die Beschäftigung mit naturphilosophischen Mustern einen optimistischen Weltentwurf. Newton, Goethe und unzählige Künstler von den Surrealisten über Max Ernst, Sigmar Polke, Josef Beuys bis hin zu Anselm Kiefer oder Mary Baumeister waren oder sind von diesem Prozess fasziniert und inspiriert. Was ist zu tun für einen selbst und für die Welt? Auf diese schwere Frage hat die Künstlerin Mary Baumeister in einem Gespräch einmal folgende Antwort gegeben. Man entscheide sich für diejenige Option, die mehr Mut erfordert. Im Schwierigen, nicht im Leichten liegt der Schlüssel für den Umbau der Welt nach harmonischen Prinzipien. Das gilt besonders in Zeiten wie diesen, in welchen Chaos, Verwirrung und Spaltung herrschen. Die Alchemie als zeitlose Weisheitslehre lehrt unter anderem, dass die Entwicklung der Menschheit eine Abfolge von Werden und Vergehen ist, in welche der Mensch zu seinem und zur Menschheit Vorteil eingreifen kann. Über Jahrhunderte motivierte sie, die einen zu schnellen Reichtum zu kommen und andere nach Wissen und einer natürlichen Harmonie des Guten zu suchen. Jede Situation verurteilt uns zu einer Positionierung. Man kann nicht nicht handeln. Auch das Nichtstun in Anbetracht des Schlechten ist eine Handlung. Im Zweifel kann sie als Zustimmung gedeutet werden. Es genügt für den Triumph des Bösen schon, »Wenn die Guten nichts tun«, soll Edmund Burke gesagt haben. Wer sich heute für die Demokratie nicht einsetzt, putscht durch Unterlassen. Die Lust auf die Welt ist so groß, dass wir sogar in Wolken Mustern erkennen wollen, meint der deutsche Künstler Jonas Burgert. Der menschliche Drang zur Freiheit, zur Wahrheit und zum Leben, also zu einer inspirierenden Transformationserfahrung, ist der Normalzustand und eben nicht die ferngesteuerte Panorama-Reise, die heute das Programm zu sein scheint. Lärmablenkung, Isolation, Naturentfremdung und Zersetzung der menschlichen Intuitionskraft sind das heutige toxische Gegenprogramm zur möglichen Vereinigung der kollektiven Kräfte. Das Genie der Lebenskunst schafft sich seine eigene Natur. Das geht nur, wenn man den allgemeinen Dämmerzustand verlässt. Was bedeutet heute Aufklärung? Zuerst mal die Illusion der eigenen Aufgeklärtheit zu begreifen. Ein gutes Mittel hierfür kann die Kunst sein, wenn sie ihren Auftrag wahrnimmt. Die planmäßige Zerstörung der Imaginationsfähigkeit und deren Bewahrung ist vielleicht das entscheidende Element für die zukünftige Ordnung. Gegen diese muss nicht nur die Kunst alle Kräfte mobilisieren. Der Lauf der Dinge hängt nicht nur am Intellekt der Menschheit, sondern an der Vorstellungskraft für Alternativen. Erst wenn dieser erlarmt, geht das Licht aus. In diesem Sinne mehr Licht. Soviel erst mal als kleine Leseprobe oder Hörprobe aus dem genannten Buch. Und ihr habt, glaube ich, einen guten Eindruck bekommen, wie der Schreibstil von Milos ist. Ich will gerne mal ein bisschen auf die Inhalte eingehen. Der Text beginnt ja mit diesem Vorsatz, der Mensch ist zur eigenen Transformation fähig, aber er muss sich auch vor den falschen Alchemisten hüten. Und diese falschen Alchemisten, die gibt es auf allen Seiten. Die gibt es auf allen Seiten. Die gibt es nicht nur auf der Seite des Staates. Stichwort Corona, wo aus pseudowissenschaftlicher Sicht, muss man ja heute schon fast sagen, Maßnahmen durchgezogen wurden, die eigentlich einer politischen Agenda folgten. Stichwort Maskenpflicht, wie wir jetzt aus den RKI-Files ja auch ja deutlich erkennen können, dass diese Masken überhaupt nicht geholfen haben, aber trotzdem als Maßnahme durchgedrückt worden sind. Nur um ein Beispiel zu nennen. Ich will mich jetzt gar nicht so in die Corona-Geschichte reinhängen, aber egal, ob ich ungeimpft oder geimpft bin, es ist meine Pflicht, wenn ich mich der Aufklärung verpflichtet fühle, Dinge zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen und nicht immer nur in der eigenen Blase hängen zu bleiben. Das gilt für beide Seiten. Das gilt genauso auch für die sogenannte Trucer-Szene. Hier sind genügend Menschen am Start, ich will jetzt keine Namen nennen, die einfach nur Verleumdungen verbreiten, richtig übles Zeug verbreiten, die ihre eigenen Abgründe, ihre eigenen widerlichen, dunklen Seiten auf andere Leute projizieren und damit ganz viele Klicks einfahren wollen und zum Teil ja auch einfahren. Gut, ihr wisst, wovon ich rede, ich werde es hier nicht vertiefen. Miloš Matuszek hingegen ist tatsächlich das, was ich als Freimaurer wirklich einen nach Wahrheit Suchenden nennen würde. Es ist jemand, der nicht nur Dinge hinterfragt, sondern auch im eigenen Handeln sich lieber den schwierigeren Weg sucht als den leichten und darum ging es ja auch im Text, ihr habt es gerade gehört. Wir sind natürlich in einem Werden und Vergehen gefangen in unserem menschlichen Dasein. Wir sind in dieser Welt für eine begrenzte Zeit hier am Start und unsere Aufgabe ist es einfach, diese Lebenszeit zu gestalten, selbst zu gestalten und da ist der schwierige Weg vielleicht oft der, der am Ende doch mehr gewinnbringend ist als der leichte Weg, sich einfach mitschleifen zu lassen, mit dem Wasser mit zu schwimmen und mal auf den Buchtitel zu kommen, mit dem Strom zu schwimmen oder sich treiben zu lassen. Nein, man muss gegen den Strom schwimmen, Strom aufwärts und man muss zur Quelle gelangen. Ja, typisch freimaurischer Gedanke. Ich will jetzt nicht behaupten oder nach meinem Kennzinsstand ist Milos Matuschek auch nicht in einer freimaurischen Organisation irgendwie aktiv oder sowas. Also nicht, dass dieser Zungenschlag jetzt hier noch reinkommt, aber er ist im Geiste aus meiner Sicht absolut freimaurer. Zumindest in dem Verständnis, wie ich die Freimaurerei sehe. So, gut, das mal noch als kleine Anmerkung von meiner Seite für alle, die sich vielleicht wundern, warum ich sowas auf meinem Kanal hier mache. Es gibt eben nicht nur diese eng begrenzte freimaurische Denkweise, sondern wenn das Ganze einen Sinn haben soll, muss es ja in die Welt hinaus wirken. Im Sinne der Werte der Freimaurerei. Gut, jetzt kommt noch das Interview, das kleine, kurze, was nur ein paar Minuten geht. Es geht hier darum, was ist eigentlich die Lösung, die Miloš anbietet und da er ja doch in einem libertären Umfeld eingeordnet werden muss, man sagt, hey, du bist selber derjenige, der sein Leben gestalten kann. Wir brauchen nicht die von oben aufgedrückten Maßnahmen unbedingt, sondern jeder Mensch kann für sich selbst seine Welt, sein Universum gestalten und dazu gehört natürlich auch ein berütteltes Maß an, wie soll ich sagen, anarchischem Denken dazu, wie Ernst Jünger es genannt hat, nicht zu verwechseln mit Anarchismus, Anarchismus im Sinne von Ismus, dass er auch schon wieder ein totalitäres System letztendlich aufbauen will, nein, der Einzelne ist selbst der Anarch seines eigenen Daseins und muss seinen eigenen Weg halt finden und ein anarchisches Element oder man könnte auch sagen, libertäres Element ist der Humor. Auch im Buch ist am Schluss nochmal ein, ja, ein Kapitel oder, genau, also am Schluss geht es auch nochmal um die Frage, wie kann man sich denn gegen diese ganzen aufoktroyierten Dinge selbst ermächtigen und da ist Humor eben ein Mittel dazu und darum geht es jetzt in diesem Interview. wir haben über Memes gesprochen, wir haben über Flüsterwitze gesprochen und natürlich das Ganze im Zusammenhang mit Aufklärung. In diesem Sinne sage ich jetzt schon mal Tschüss, das Interview kommt jetzt, Knowledge ist ein Insiderjob, bleib gesund und wir sehen uns wieder. wieder. Danke fürs Abonnieren des Kanals, danke für eure Unterstützung. Zungen. Ja, hallo, wer bist du? Wir sitzen hier in einem Gemäuer in Leipzig und du hast gerade eine Lesung gemacht von deinem Buch, kannst du es mal kurz zeigen? So, was ist das? Bist du ein Querdenker? Wer bist du? Ich bin ein Kofidiot. Alles mögliche wurde mir schon angedichtet. Insofern überlasse ich das anderen, wie sie einen betiteln. Wir wollen aber heute gar nicht so sehr über Politik reden, sondern mehr über Humor. Du hast gesagt, Humor, scharfe Waffen, Memes. Was heißt du von Memes? Welche Memes magst du? Ich mag die sarkastischen, schwarzen Memes. Einfach jede Art von Humor, der die Dinge entkleidet und das kann ja Satire. wie nichts anderes. Perfekt gut. Und Memes sind so ein Hoffnungsträger geworden in den letzten Jahren, letzten Monaten noch stärker, weil wir gesehen haben, dass Humor einfach die Leute auf einer anderen Ebene trifft als intellektuelle Inhalte. Man kann lange gelehrte Artikel schreiben und das ist auch vielleicht okay, das zu machen, aber Memes schaffen es, Dinge auf den Punkt zu bringen und entwaffnen, ehrlich und schnell zu sein und treffend zu sein. Und die erreichen vielleicht auch Leute, die jetzt noch nicht kritisch sind, die sich vielleicht bestimmte Texte oder Videos oder Inhalte nicht anschauen wollen. Aber wenn die dann auf ihrer Timeline vielleicht ein Meme bekommen, dann müssen die lachen vielleicht, weil es so austruss ist. Und das ist eine Möglichkeit, die urmenschlich ist, die man nicht nehmen kann und die gut funktioniert. Und ich sehe tolle Meme-Künstler, Snicklink zum Beispiel, Snickers für Link-Sender aus Berlin, Willi Kramer, der tolle Sachen macht, das erreicht auch ein großes Publikum, zu Recht, das sind tolle Arbeiten, die er macht. Und viele andere mehr, auf Twitter, die große Kanäle haben. Und was ich sehe, ist, dass wir einen Meme-Krieg haben werden, den die andere Seite so als Krieg betitelt. Also das taucht schon auf in den Medien, Meme Wars, wo sie Memes als Bedrohung wahrnehmen, für die nächsten Wahlen auch. Und ich denke, dass es auch auf Meme-Seite, es gibt schon Zensur von Memes und das wird noch stärker werden, noch massiver werden. Also es geht jetzt auch wirklich darum, die Humoristen zu treffen, weil die sind eine Gefahr. Es wird ja auch auf beiden Seiten gekapert, muss man auch sagen. Also da gibt es ja zum Beispiel den Frosch, wie heißt der nochmal? Pepe. Ja, der Pepe. Also das geht ja schon eine ganze Weile, schon seit einigen Jahren. Also kommt auch eigentlich aus Amerika, der Meme-Krieg. Ja. Genau. Ja, aber wie viel Potenzial hat denn dieser Humor? Ich meine, wenn man die letzten Jahre anschaut, kann einem das Lachen vergehen, oder? Wie siehst du das? Ja. Es gab aber auch schon noch vielleicht schlimmere Zeiten, wo den Leuten auch das Lachen nicht vergangen ist. Es zeigt sich doch, dass der Humor widerständig ist und dass selbst in schwierigsten Zeiten Humor ein Rettungsanker ist für die Leute. Auch in den tiefsten totalitären Systemen gab es Flüsterwitze. Und das war einfach die Codesprache der Leute auf der Straße. Und ja, so ist es eben. Memes sind die moderne Übersetzung davon. Und wir haben natürlich doch die Möglichkeit, ganz, ganz viele Leute zu erreichen und eine ganz andere Strahlkraft. Insofern, wenn wir uns das Lachen nicht nehmen lassen, dann können wir eigentlich nicht verlieren. Du lachst? Ist das ein gezwungtes Lachen oder ist das immer noch das hoffnungsvolle? Aufklärerische Lachen. Also ich sehe dich ja als Aufklärer. Also das, was du hier machst, ist Aufklärung, oder? Bist du immer noch so ein Anhänger von Immanuel Kants Aufklärung oder bist du inzwischen gewechselt auf eine andere Philosophie? Wo sind deine philosophischen Wurzeln oder deine festen? Ich mochte immer Denker, die kritisch sind und klar sind. Also Kant, natürlich, wir stehen alle auf den Schultern von Kant irgendwo mit der Frage, was ist Aufklärung? Ich mochte auch Nietzsche, ja, das Philosophieren mit dem Hammer. Ist auch ein Wahrheitssucher für mich, der die Dinge entkleidet hat. Lange Zeit vielleicht auch ein Sloterdijk, jetzt in der Pandemiezeit weniger. Aber es gibt diese Beispiele und natürlich sind das auch Leute, die mir Mut machen, Julian Assange ganz vorne zu nennen, die einfach auch dieses Aufklärerische haben. Und es ist ja nicht so, dass diese Ideen für uns heute gänzlich fremd sind. Und teilweise wird das ja immer noch weiter auch verherrlicht. Aber es wird nicht mehr eingelöst. Es wird nicht mehr gelebt. Das heißt, wir haben ein Problem mit der gelebten Aufklärung, mit den gelebten Prinzipien. Die Prinzipien sind alle da, die stehen in ganz, ganz vielen Texten, Verfassungstexte und so weiter. Aber wenn das nur Absichtserklärungen sind, der Geist verloren geht, dann erodiert das aufklärerische Denken im Inneren. Und dann begeben wir uns einfach freiwillig zurück ins Mittelalter. Ganz ehrlich, das ist einfach so. Und wir sehen das ja an den Mechanismen, Denunziationen und inquisitorische Muster, die jetzt auftauchen. Ja, von Haus aus bist du Jurist, ist das korrekt? Ja. Du weißt übrigens, dass Nietzsches Grab hier ganz in der Nähe ist. In Lützen, das ist vielleicht eine halbe Stunde von Leipzig entfernt. Beim nächsten Mal fahren wir dahin, zeige ich dir das. Ja, Julian Assange, willst du dazu mal noch was sagen? Das bringst du immer mit rein in deinen Lesungen, immer wieder erwähnst du den Namen. Und ich habe so das Gefühl, das liegt dir sehr am Herzen. Magst du dazu was sagen? Ja, klar. Also ich habe auch viele Texte über ihn geschrieben, auch in der NZZ, was vielleicht der NZZ nicht so gefallen hat. Für mich ist es einfach ein Paradefall für alles, was im Bereich Mediensystem, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit schiefläuft. Und es gibt den schönen Satz von Kennedy in seiner Berliner Rede, wenn nur einer versklavt ist in der Demokratie, sind es alle. Ich würde sagen, wenn nur einer im Gefängnis ist für das, was er gemacht hat und was kein Verbrechen war, sondern eine staatsbürgerliche Pflicht und Aufgabe, dann sind alle anderen auch versklavt oder eingesperrt. Nur sie spüren ihre Ketten noch nicht, weil sie sich entweder nicht bewegen oder weil sie eben nicht im Knast sind. Aber der Knast fängt woanders an. Das ist nicht nur Bellmarsch, das sind die geistigen Gitterstäbe. Und da sind wir in einem virtuellen Gefängnis inzwischen, das uns übergestülpt wird, in dem alle Schritte überwacht werden, in dem bestimmte Dinge nicht gesagt werden dürfen. Und das merkt jeder, der sich kritisch äußert. Das kann auch ein kleiner Kanal sein oder es kann einfach nur eine Einzelperson sein, die dann Post von der Staatsanwaltschaft kriegt. Und das sind die Dinge, die uns Julian Assange in einer Zeit schon mitgeteilt hat, in der es viele nicht interessiert hat. Und wo wir langsam merken, okay, das wuchert sich in die Lebenswelt inzwischen hinein. Und ich mache den Westen und den Wertewesten dafür verantwortlich, was mit Julian Assange passiert. Und er wird dieser Wertewesten sich danach messen lassen, was aus ihm wird. An seinem Schicksal hängt auch unser Schicksal. Was wäre denn als letzte Frage deine Idee, was kann der einzelne, kleine, unscheinbare Mensch denn tun? Was würdest du dem Publikum mitgeben als Ratschlag? Wie soll man sich verhalten? Auf sich schauen, auf andere schauen, sich selbst organisieren, den Dingen, die um uns herum passieren, ob das Medien sind, ob das Versorgungskrisen sind, die Gefolgschaft entziehen, die Energie entziehen, alternative Wege suchen, sich zu versorgen. Pädagogisch, heilerisch, publizistisch, mit einfach an Parallelstrukturen zu arbeiten. Und die gehen nur von klein nach oben, die gehen von kleinen Gruppen von einzelnen Individuen aus. Und das ist die Macht, die letztendlich auch die alten totalitären Systeme zu Fall gebracht hat. In der Cechai, in Polen, das waren dezentrale Gruppen, die sich da organisiert haben. Und das wünsche ich uns als Erfahrung, dass wir dieses Gemeinschaftserlebnis vielleicht wieder erleben, dass wir als organisierte, vielleicht noch Minderheit, vielleicht schon gefühlte Mehrheit, Dinge bewegen können und uns so organisieren können, dass uns die Politik nicht mehr so stark betrifft. Das würde ich jedem wünschen. Vielen lieben Dank für das kurze Interview. Du hast einen anstrengenden Abend hinter dir. Dankeschön, dein Lieber. Vielen Dank. Vielen Dank.